Sobald man die Flaschen wieder herben, muss man einfach nur die Flaschen geben, bleiben aber drei Meter weiter gibt es eben was, das ist dann anders und das finden die komisch. Und je öfter man das aber macht, desto mehr werden sich die Fähne dann einfach drüber. Wie der Meckchen mit dem Slatterband, das kann er jetzt auch. Dann war die Flaschen. So, die Elfen sind schon wieder vorbei. Der Herr muss überlegen sich das auch noch mit den Flaschen. Wichtig ist eben immer, dass man nie mit Druck an die Sache rangeht, sondern wirklich die Pferde gucken lässt, wenn sie sich dafür interessieren, loben, dass sie das positiv bestärkt und einfach nochmal deutlich macht, dass es überhaupt nicht ist, wo man Angst haben muss. Und im Moment kriege ich die Neugierde. Und die Elfen weiß es nicht genau, wie sie das filmen wird. Auf jeden Fall spannend. Und der Mecki auch. Wie süß. Ich würde fast sagen, das reicht das erste Mal schon. Das haben sie auch beide super gemacht. Und ich finde, da muss man jetzt, wenn das so gut geklappt hat und die jetzt auch wirklich der Lust nicht weggelaufen sind, dann muss man es auch nicht übertreiben. Also man muss dann auch nicht mit aller Gewalt mal nur ein bisschen drauflegen, sondern kann dann wirklich auch mal mit dem Resultat, was man jetzt an dem Tag erreicht hat, zufrieden sein und sich dann vielleicht fürs nächste Mal vornehmen, da noch einen Schritt weiter zu gehen. Aber ich würde sagen, das haben wir doch schon super gemacht. Dankeschön. Okay, jetzt habe ich mal drauf gepasst. Ist die Kani schon durch das Flatterband gegangen? Genau. Wir wissen ja, dass die beiden das nicht kennen. Und für den Anfang macht es wirklich immer Sinn, die Flatterbänder zur Seite zu schieben. Da kann man nach und nach immer mal eins dazunehmen, bis die Ponies nicht daran kommen. So, jetzt kommen wir hier quasi zu der Königsklasse des Gelassenheitsträngens. Und sehen wir Sir Cedric IV mit der Pia. Der Sir Cedric ist 15, benötig aber nicht, so habe ich gehört. Und ist ein echter Gelassenheitsträngensprofi. Und die Pia ist mit dem Sir Cedric ganz, ganz viel unterwegs. Also es sind viele Gelände. Ich weiß, sie fahren regelmäßig in Urlaub, reiten am Strand und und und. Und das ist auch der Grund dafür, dass die Pia eben in der Lage ist. Da gehört auch wirklich viel, viel Training und Vertrauen und jahrelange Zusammenarbeit zu. Wie gesagt, Ricarda hat den Day selber gezüchtet. Die kennt ihn also von im Grunde schon vor seiner Geburt, weil auch die Mama gehört. Aber da sieht man jetzt wirklich gut, dass die beiden hier wirklich ein Team sind. Und man sieht vor allem auch, wie viel Spaß dem Day das macht hier. Ganz ohne Trense, wirklich nur mit einem Halsring. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, was macht der Halsring? Was hat der für eine Funktion? Da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt. Ja. 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 Dziękuję. 겨. Ich bin cleared. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.